Gut, dann mache ich mal die Webcam aus und starte Finale und heute geht es ja jetzt nur ganz explizit um das Thema Noteneingabe. Also wie gibt man möglichst schnell und effektiv Noten ein und da gibt es in Finale ja mehrere Möglichkeiten, wenn Sie meinen Start- oder mein Einführungswebinar besucht haben und ich weiß so anhand der Namensliste, dass ja viele Leute schon dabei waren, dann wissen Sie, dass es hier eine Möglichkeit gibt, das ist ja hier, sich so eine Note auszuwählen und die praktisch mit der Maus reinzuklicken. Und diese Methode ist verboten, spätestens ab heute Abend verboten, unter Strafe verboten, wenn ich Sie irgendwie dabei erwischen sollte, dass Sie mit der Maus nochmal Noten einklicken, dann kriegen Sie kein Finale-Diplom von mir. Also das ist einfach die komplizierteste Methode. Ich würde mir nicht zutrauen, auf diese Art und Weise eine Wagner-Oper abtippen zu wollen. Da kommt man in Teufelsküche. Da gibt es viel schönere Methoden und es gibt mehrere diverse Methoden. Eine möchte ich ganz kurz skizzieren, aber danach schauen wir uns vor allen Dingen in aller Ruhe die Methode ein, die ich für persönlich am günstigsten halte. Und was ich jetzt machen kann, ich habe jetzt noch eine zweite Webcam von oben. Das heißt, Sie können mir auch gleich dann zuschauen. Die werde ich jetzt wahrscheinlich bis zum Ende auch anlassen. Sie sehen hier auf jeden Fall schon mal ein MIDI-Keyboard. Das ist immer eine gute Idee, ist aber nicht zwingend notwendig. Man kann auch ohne MIDI-Keyboard arbeiten. Das werde ich Ihnen dann auch gleich zeigen. Und Sie sehen eine ganz normale Tastatur. Die ist jetzt bei mir ein bisschen bunt. Es ist grundsätzlich eine normale Tastatur. Ich arbeite mit einem Mac-Rechner und habe hier eine Apple-Tastatur. Die ist bei mir aber noch zusätzlich bunt. Das ist so eine spezielle finale Tastatur. Das heißt, auf dieser Tastatur sind noch die wichtigsten Kürzel aufgedruckt. Da kann ich zum Beispiel auf der Taste 5 sehen. Da ist eine Viertel. Auf der Taste 4 eine Achtel. Oder ich sehe zum Beispiel auf der Taste A einen Akzent. Wie man das genau benutzt, zeige ich Ihnen gleich. Aber grundsätzlich alles, was ich Ihnen heute zeige, können Sie ganz normal mit Ihrer Haus- und Hof-Tastatur machen. Da brauchen Sie nicht diese spezielle Tastatur. Das ist einfach noch so eine Zugabe, dass ich hier einfach sogar noch sehe, wo was ist. Aber wie gesagt, das können Sie auch alles mit Ihrer ganz normalen Tastatur machen. Eine Eingabemethode möchte ich mal ganz kurz nur skizzieren. Die bietet ein paar schöne Möglichkeiten, hat so ihre Vor- und Nachteile. Die skizziere ich nur kurz und danach gehen wir dann auf eine Methode, die meiner Meinung nach deutlich besser geeignet ist. Es gibt im Prinzip hier so drei Werkzeuge zum Eingeben. Die schnelle Eingabe braucht man eigentlich gar nicht. Das ist noch so ein Relikt aus alten Zeiten. Wir werden uns nachher dann hauptsächlich mit der einfachen Eingabe beschäftigen. Es gibt aber noch ganz interessant dieses Hyperscribe-Werkzeug. Das kann vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein. Grundsätzlich funktioniert das so, dass ich praktisch live direkt die Noten eingeben kann mit Rhythmus und Tonhöhe. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich im Menü Hyperscribe finde. Und zwar geht es hier um die Taktschlagquelle. Standardmäßig ist hier Wiedergabe und Metronom eingestellt. Das heißt, es läuft ein Metronom, das man dann auch gleich hören wird, wo ich dann einstellen kann. Da kann ich ja auch noch bestimmen, wie viele Takte vorgezählt werden sollen. Standardmäßig sind das zwei. Und das mache ich jetzt mal direkt. Ich nehme mal irgendeine ganz einfache Melodie, Hänschen klein oder sowas. Ich klicke jetzt praktisch in den Takt, wo die Aufnahme beginnen soll. Dann werden zwei Takte vorgezählt. Und dann gebe ich mal oder versuche ich mal, die Melodie mit dem MIDI-Keyboard einzugeben. Ich klicke jetzt hier hin, klicke irgendwo anders hin, habe die Melodie. Ist mir jetzt sogar relativ gut gelungen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Leck auch jetzt durch das Webinar. Also so eine leichte Zeigverzögerung zwischen Schlag und dem, was ich vom MIDI-Keyboard höre. Und was mir jetzt auch gut gelungen ist, tatsächlich ist zum Beispiel, dass ich diese dritte Note hier nicht zu kurz gedrückt habe. Also dass es tatsächlich eine Viertel ist und keine Achtel. Sie werden sich jetzt sagen, ist gut gelungen. Das heißt, wie sieht es denn aus, wenn es weniger gut gelingt? Vielleicht ist das irgendwie ein bisschen zu spät oder ich habe die Note zu kurz eingegeben. Oder was auch passieren kann, das möchte ich Ihnen mal gerade zeigen. Da muss ich jetzt mal kurz eine Einstellung ändern. Wenn wir nochmal in das Hyperscribe-Werkzeug gehen. Da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, was es damit auf sich hat. So, jetzt will ich nochmal Hänzchen klein eingeben. Geht wieder zwei Takte vor. Und es kommt das hierbei raus. Das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich hinaus wollte. Das ist aber exakt genau das, was ich aufgenommen habe. Also finalisch kann er wirklich ganz filigran aufnehmen und kennt dann auch keine Gnade. Das ist jetzt wirklich ganz genau so, wie ich es aufgenommen habe. Und wenn Sie so ein Bild haben, dann liegt das daran, dass Ihre Quantisierungseinstellungen falsch sind. Die finden Sie entweder im Menü Hyperscribe oder etwas schneller im Menü MIDI-Audio. Quantisierungseinstellungen. Und ich habe das jetzt mal wirklich auf die kleinsten Werte. Also das Finale wirklich ganz unbarmherzig aufnimmt. Die sollte man so grob wie möglich einstellen. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei mir nichts Kleineres als eine Achtel vorkommt. Dann stelle ich auch wirklich nur eine Achtel ein. Und wenn ich weiß, dass keine Triolen vorkommen, stelle ich auch keine Triolen ein. Wenn ich das jetzt neu eingeben würde, hätte ich auch ein gutes Ergebnis. Ich kann das auch im Nachhinein anwenden auf das bereits Eingegebene. Dazu markiere ich das jetzt. Und sage nochmal im Menü MIDI-Audio neu transkripieren. Und dann wird praktisch hier die Quantisierung nochmal neu angewendet. Und dann sieht das dann schon deutlich spielbarer aus. Am besten ist, wenn man die natürlich von vornherein richtig einstellt. Es gibt noch eine interessante Methode beim Hyperscribe-Werkzeug. Und danach werden wir das auch schon verlassen und uns mit der einfachen Eingabe beschäftigen. Und zwar kann ich die Taktschlagquelle ändern. Und das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit. Ich kann die Taktschlagquelle auf Klopfen ändern. Das heißt, ich spiele dann nicht mehr zu einem Metronom, sondern ich bin selber mein eigenes Metronom. Das heißt, ich klicke hier mal auf Klopfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel das Tempo mit meinem Haltepedal klopfen. Ich habe jetzt hier leider keinen Haltepedal, aber ich könnte theoretisch hier das Haltepedal einstellen. Und kann das Tempo, also sprich die Viertel, hier unten sieht man, ein Klopfsignal entspricht. Also ich würde Viertel klopfen, könnte ich dann mit dem Pedal klopfen. Ich mache es jetzt mal mit der MIDI-Note. Dann können Sie auch sehen, was es ist. Ich sage jetzt mal, diese MIDI-Note, dieses C hier, soll mein Klopfen sein. Da kann ich hier auf Hören klicken, die Taste drücken und dann weiß Finale alles klar. Das ist die Klopftaste. Und jetzt klicke ich hier rein. Und die Aufnahme beginnt auch erst, wenn ich die Klopftaste drücke. Und das heißt, mit der Klopftaste oder dem Pedal, was ich eingestellt hätte, könnte ich jetzt mein Tempo klopfen. Und ich kann das schneller, langsamer machen. Ich kann das Tempo während der Eingabe verändern. Also wenn eine schwierige Stelle kommt, klopfe ich langsamer. Wenn eine leichtere Stelle kommt, klopfe ich schneller. Wenn wir jetzt nochmal zu Hänseln-Klang gehen. Jetzt mal ganz extrem eingespielt. Das ist eine sehr schöne Methode. Da kann das Hyperscale-Werkzeug tatsächlich interessant werden. Vor allen Dingen, wenn man es halt mit dem Pedal auch nutzt. Also wenn man praktisch hier wirklich nicht das gnadenlose Metronom nimmt, sondern das Klopfen. Da kann ich also sogar während des Aufnehmens auch mal eine Pause machen. Ich klopfe mir praktisch selber mein eigenes Tempo. Wie gesagt, das kann für den einen oder anderen interessant sein. Ich wollte das mal gezeigt haben, diese Möglichkeiten. Ich persönlich nutze eher eine andere Möglichkeit, weil ich halt festgestellt habe, dass ich mich dann vielleicht doch mal verspiele. Oder ich habe zum Beispiel dieses D vielleicht zu kurz eingespielt. Und dann muss ich korrigieren. Deswegen mache ich es ein bisschen anders. Aber ich wollte das auf jeden Fall noch kurz gezeigt haben. Hier kommt gerade die Frage rein, wo man das Pedal anschließt. Normalerweise schließt man das mit einem MIDI-Keyboard direkt an. Das MyMidi-Keyboard hat hinten auch so einen Klinkeneingang, wo Pedal steht. Und da kann man dann so ein externes Pedal, die haben dann auch so einen Klinkenstecker anschließen. Also es wird in der Regel immer am Keyboard selber angeschlossen, das Pedal. Gut, jetzt schauen wir uns aber mal die Methode an, mit der wir uns jetzt praktisch den Rest des Webinars beschäftigen werden. Und ich erstelle nochmal ein neues Startdokument, mache das ein bisschen größer. Ich nutze viel lieber die einfache Eingabe. Und die einfache Eingabe kann man nicht nur zum, sag ich mal, verbotenen Reinklicken nutzen, sondern die kann man viel effektiver nutzen. Und zwar, wenn man die Tastatur mit einbindet. Ich mache mal hier die Tastatur ein bisschen größer, damit Sie mal so ungefähr erahnen können, was da draufsteht. Und zwar geht es jetzt vor allen Dingen um den Ziffernblock hier. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen, es ist ein bisschen undeutlich. Aber der Ziffernblock ist im Prinzip das Wichtigste für die Eingabe. Hier sehe ich praktisch auf der Ziffer die Notenlänge. Also ich sehe zum Beispiel auf der 7 Ganze, auf der 6 Halbe, auf der 5 Viertel, auf der 4 Achtel und so weiter. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich sehen. Das geht, wie gesagt, auch mit Ihrem Ziffernblock. Sie brauchen nicht diesen speziell bedrucken. Das geht mit jedem Ziffernblock. Und wie man das benutzt, sehen wir gleich noch ganz genau. Aber das ist schon mal so das wichtigste Werkzeug. Wenn Sie keinen Ziffernblock haben sollten, komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich erstmal hier Tastatur und Ziffernblock. Bevor wir Noten eingeben, sollten wir vielleicht ganz kurz noch uns damit beschäftigen, wo ich denn Noten eingeben will. Also wenn ich hier in diese einfache Eingabe gehe, ich komme jetzt mal aus einem anderen Werkzeug, taucht hier irgendwo in meinen Noten so eine Note auf mit so einem Strich durch. In meinem Fall ist hier im Takt 1 eine Achtelnote mit dem Strich durch. Dieses Achtel H existiert noch nicht. Das ist praktisch der Eingabecursor. Dieses Achtel H würde mir anzeigen, wenn ich jetzt praktisch auf die Enter-Taste drücken würde, würde er eine Achtel H notieren. Das ist praktisch einfach nur der Cursor. Dieser Strich durch zeigt an, hier ist der Cursor. Wenn ich jetzt woanders beginnen will, sagen wir mal dritte Posaune, fünfter Takt oder jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel den Takt 5. Und würde jetzt hier mit der linken Maustaste reinklicken, dann passiert ja genau das Verbot. Dann habe ich hier sofort eine Achtel H reingeklickt. Und genau das will ich ja nicht. Das mache ich nochmal rückgängig. Das kann ich unterbinden, indem ich zusätzlich beim Mac die Alt-Taste gedrückt halte. Die Alt-Taste. Und beim Windows-Rechner ist es die Steuerungstaste unten links. Wenn ich jetzt die Alt-Taste, beziehungsweise beim Windows-Rechner die Steuerungstaste gedrückt halte und dann klicke, dann kann ich hier den Cursor positionieren, ohne eine Note einzugeben. Und das wird man sehr häufig brauchen. Also den Cursor erstmal hinsetzen, ohne dass man eine Note eingibt. Ich kann auch mit dem Pfeil nach links oder rechts Tasten hier jetzt durch die Takte springen. Pfeil nach links geht nach vorne. Pfeil nach rechts geht, also beziehungsweise geht in den Noten nach vorne. Pfeil nach links geht in den Noten praktisch zurück. Kann man auch machen. Aber meistens wird man die Alt- oder die Steuerungstaste gedrückt halte und zum Beispiel sagen, ich will hier unten mit der Noteneingabe beginnen. Kann also passieren, wenn der Cursor nicht da ist, wo er sein sollte. Oder kann auch sein, dass der Cursor vielleicht gar nicht auftaucht. Dann hier einmal reinklicken. Noch einen kleinen Trick, bevor wir unsere ersten Noten eingeben. Wenn man in der Noteneingabe was falsch macht, das werden wir nachher sehen. Wenn man die Punktierung zum Beispiel aus Versehen zuerst einstellt. Oder die Alteration aus Versehen zuerst einstellt. Oder die Triolen aus Versehen zuerst einstellt. Da komme ich nachher noch drauf. Und jetzt gebe ich Noten ein und merke auf einmal, oh, die sind ja alle punktiert und alteriert und Triolen. Das passiert nämlich, wenn man es falsch rummacht. Zeige ich gleich. Da gibt es einen schönen Trick. Und zwar sehe ich hier oben das auch in der Palette. Und ich kann jetzt entweder einen Doppelklick auf eine Note machen oder zweimal die Ziffer 5 drücken. Zweimal die 5. Und zweimal kurz hintereinander. Und jetzt ist mein Eingabewerkzeug wieder im Ursprungszustand. Im Ausgangszustand. Und jetzt kann ich wieder ganz normal eingeben. Also sollten Sie mal aus Versehen die Punktierung arretiert haben oder die Alteration oder den Haltebogen oder was auch immer. Wie gesagt, wir kommen gleich drauf, wie man die eingeht. Einfach zweimal die 5 drücken und dann ist alles wieder in Ordnung. Ich fragte gerade noch jemand, ob man auch auf einer anderen Zählzeit beginnen kann, außer der 1. Ja, logisch. Da müssten Sie aber auf der 1 eine Pause notieren. Also Sie können den Cursor nicht einfach auf die 2 setzen, sondern Sie müssen auf der 1 eine Pause notieren. Wie man das macht, sehen wir gleich noch. Und dann kann ich auf der 2 weiterschreiben. Hier fragt gerade jemand, wie kommt man in die Menüleiste, die einfache Eingabe. Diesen Menübefehl sieht man immer nur, wenn das entsprechende Werkzeug an ist. Solange Sie noch das Hyperscribe-Werkzeug anhaben, steht hier Hyperscribe. Wenn Sie zum Beispiel das Seitenlayout-Werkzeug anhaben, steht hier Seitenlayout. Und wir wollen ja jetzt mit der einfachen Eingabe arbeiten. Das heißt, wir müssen das Werkzeug für die einfache Eingabe einhalten und dann steht hier auch einfache Eingabe. Dieses eine Menü zwischen Plugins und Fenster, das hängt immer ab von dem jeweils aktiven Werkzeug. So, und ich denke, das war jetzt genug der Vorrede. Jetzt wollen wir auch wirklich mal Noten eingeben. Das ist der erste Takt. Und das Prinzip ist folgendes. Und zwar gebe ich auf dem Ziffernblock die Länge ein. Wenn ich zum Beispiel Achtel eingeben will, drücke ich die 4. Wenn ich noch ins Dokument reingehe. Wenn ich Sechzehntel eingeben will, drücke ich die 3. Man sieht dann auch schon, dass der Cursor sich ändert. Wenn ich zum Beispiel Halbe eingeben will, drücke ich die 6. Jetzt kann es aus zwei Gründen sein, dass das bei Ihnen nicht funktioniert. Erstens, Sie haben einen Windows-Rechner und Ihr Ziffernblock ist nicht an. Auf den Windows-Rechnern gibt es meistens so eine NumLock-Taste. Die ist meistens hier oben links. Und bei Windows-Rechnern ist es so, dass auf dem Ziffernblock immer die Ziffern liegen und noch andere Funktionen. Und die NumLock-Taste schaltet da hin und her. Das heißt, wenn Ihr Ziffernblock auf dem Windows-Rechner nicht funktioniert, drücken Sie mal diese NumLock-Taste. Der zweite Grund ist, Sie haben gar keinen Ziffernblock. Es gibt ja auch Rechner, die keinen Ziffernblock haben, die dann nur eine Tastatur bis hier haben, Laptops oder etc. Und diese Rechner müssen vorher eine Einstellung ändern. Das machen wir jetzt erstmal, das zeige ich Ihnen. Also wenn Sie einen Ziffernblock haben, so wie hier, wie bei mir, brauchen Sie das, was ich jetzt mache, nicht machen. Wenn Sie keinen Ziffernblock haben, also Ihre Tastatur quasi nur bis hierhin geht, dann müssen Sie noch Folgendes machen. Und zwar in das Menü einfache Eingabe gehen, Optionen für einfache Eingabe. Und dann gibt es hier Tastaturkürzel bearbeiten. Und da können Sie umstellen auf die Laptop-Belegung. Normalerweise ist hier deutsche Belegung eingestellt. Sie können auf die Laptop-Belegung umschalten. Das mache ich mal gerade. Ich klicke auf OK. Und jetzt kann ich die Notenlänge hier oben eingeben. Mit den Ziffern hier oben. Das heißt, das, was vorher auf meinem Ziffernblock war, ist jetzt hier oben. Und das, was hier oben war, das sehen wir später, ist jetzt ein Stockwerk höher gewandert, nämlich auf diese F-Tasten. Dazu komme ich aber in circa 10 Minuten. Das heißt, wenn Sie keinen Ziffernblock haben, können Sie es umschalten. Ich habe einen Ziffernblock. Das heißt, ich schalte das wieder zurück. Diese Einstellung bleibt übrigens auch erhalten. Also auch, wenn Sie Finale neu starten. Müssen Sie also nur einmal einstellen. So, und ich bin jetzt wieder normal und habe einen Ziffernblock. Das ist also noch vorab für den Fall, dass Sie keinen Ziffernblock haben. Ich kann Ihnen aber auf jeden Fall empfehlen, was sich auch lohnt, ist vielleicht so einen externen Ziffernblock zu kaufen. So ein Ding kostet 5 bis 10 Euro. Und den können Sie sogar noch ganz frei hinlegen. So habe ich zum Beispiel zu Hause. Ich habe so einen USB-Ziffernblock, der liegt bei mir zu Hause links neben dem Keyboard. Da kann ich mit der linken Hand den Ziffernblock bedienen und mit der rechten das Keyboard. So, und jetzt geben wir aber wirklich meine Noten ein. Also, ich habe jetzt hier schon Note eingegeben, also beziehungsweise noch nicht eingegeben. Ich habe den Cursor positioniert und ich will jetzt vier Viertelnoten eingeben, nämlich die Noten A, C, H und E. Und jetzt kann ich die entweder auf meinem MIDI-Keyboard direkt klicken. Ich mache das nochmal rückgängig. Ich kann das also auch in einer anderen Oktave eingeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Achtel eingeben würde, stelle ich um mit der Ziffer 4 auf Achtel und kann jetzt praktisch weiter Achtel eingeben. Das ist das Prinzip. Das geht natürlich mit dem MIDI-Keyboard super. Wenn Sie kein MIDI-Keyboard haben, aber auch kein Problem, dann drücken Sie eben nicht die Taste auf dem MIDI-Keyboard, sondern die Taste auf Ihrer PC-Tastatur, also A, C, H, E. Kann ich das auch eingeben. Jetzt käme zum Beispiel die Achtel, ich schalte um auf Achtel mit der Ziffer 4 und könnte jetzt sagen D, C, H, A. Spätestens jetzt kommt dann immer die Frage, wie ist das mit der Oktave? Jetzt kommt gerade auch mal eine andere Frage, dass es mit dem Laptop ging zu schnell. Wenn Sachen zu schnell gehen sollten, keine Angst, Sie können sich die Aufteilung nochmal anschauen. Ich erkläre das mit dem Laptop aber gerne nochmal ganz kurz, damit Sie live mitmachen können. Das ist im Menü einfache Eingabe. Optionen für einfache Eingabe. Und dann Tastaturkürzel bearbeiten. Und hier unten links schaltet man von der deutschen Belegung auf die Laptop-Belegung um. Das ist der ganze Trick. Finden Sie aber auch im Buch, finden Sie in der Hilfe und wie gesagt auch in der Webinaraufzeichnung. Gut, also machen wir das nochmal rückgängig. Wir haben also jetzt gesehen, ich gebe erst mit dem Ziffernblock die Länge ein und dann entweder auf meinem MIDI-Keyboard die Tonhöhe. Das MIDI-Keyboard hat natürlich den charmanten Vorteil, dass ich hier auch gleich ganze Akkorde eingeben kann. Oder ich drücke eben die Buchstaben auf der Tastatur. So, und jetzt kann es vielleicht sein, dass ich das letzte E in falschen Oktave habe. Vielleicht ist das hier unten. Und da haben Sie schon gesehen, da gibt es ein Tastaturkürzel. Nämlich, ich kann die letzte bearbeitete Note auch noch in der Oktave verschieben. Und zwar ist das Tastaturkürzel bei Mac, Shift, Alt, Pfeil nach oben. Also Shift, Alt, Pfeil nach oben oder nach unten. Wenn ich mir das Kürzel nicht merken kann, gehe ich einfach ins Menü Einfache Eingabe, Bearbeitungsbefehle. Und hier finde ich dann übrigens auch sämtliche Tastaturkürzel. Und hier gibt es zum Beispiel eins, Tonhöhe ändern. Und hier sehe ich schon, Oktave verändern. Das ist also bei Mac, Alt, Shift, Pfeil nach oben beziehungsweise nach unten. Und bei Windows ist es vermutlich Shift, Steuerung und Pfeil. Jetzt fragt hier gerade jemand, ganz peinlich für die Doven, wie setzt man den Cursor in den gewünschten Takt? Keine Angst, hier sind unter uns, hier gibt es keine Doven. Und das ist auch nicht peinlich. Sie setzen den Cursor in den Takt, indem Sie bei Windows die Steuerungstaste gedrückt halten beziehungsweise bei Mac die Alt-Taste und dann in den Takt klicken mit der linken Maus, wo Sie einen Cursor haben wollen. Also, wie gesagt, wenn die letzte Note in der falschen Oktave war, kann ich die noch verschieben. Ich kann auch im Nachhinein, wenn ein ganzer Bereich in der falschen Oktave ist, den auch mit dem Anwaltwerkzeug nehmen, hier das Anwaltwerkzeugbereich markieren und kann den mit der Taste 8 beziehungsweise 9 auch verschieben. Also wenn Sie mal in der falschen Oktave sind, in einem ganzen Bereich oder bei einer einzelnen Note ist das kein großes Problem. Müssen Sie keine Panik haben, das lässt sich im Nachhinein machen. Diese Oktavproblematik entsteht übrigens folgendermaßen. Wenn ich jetzt mal ein G1 eingeben will, also ich bin jetzt hier im zweiten Takt, die letzte Note, die ich eingegeben habe, war das E2 und jetzt will ich ein G1 eingeben. Beim MIDI-Keyboard drücke ich die Taste, kein Problem. Bei der PC-Tastatur drücke ich ja jetzt das G. Und finale sucht sich dann das kleinstmögliche Intervall. Das heißt, in meinem Fall würde ich jetzt ein G2 eingeben. Anstatt einen G1. Weil die Terz ist natürlich näher als die sechst nach unten. Das kann ich von vornherein verhindern. Also ich kann entweder die Note im Nachhinein verschieben oder von vornherein, indem ich einfach den Cursor, bevor ich die Note eingebe, näher an das G1 ranbringe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier an dem C steht und ich drücke jetzt das G, dann würde sich das G1 nehmen. Den Cursor kann man hier mit dem Pfeil nach oben oder unten Tasten verschieben. Und wenn ich zusätzlich die Shift-Taste gedrückt halte, ist es sogar gleich um ganze Oktaven. Also entweder schaut man im Vorfeld, dass der Cursor näher an der gewünschten Note dran liegt oder ich kann das auch im Nachhinein ändern. Das ist eigentlich so das Prinzip. Gut, jetzt schauen wir uns mal ein paar besondere Sachen noch an. Also grundsätzlich haben wir jetzt mal gesehen, wie man Noten eingibt. Ich gebe erst auf den Ziffernblock die Länge vor und dann kann ich entweder auf meiner Tastatur den Buchstaben drücken oder direkt auf der Mi-Tastatur die Ton hin. So, jetzt schauen wir uns mal an, eine Note punktieren. Sehr einfach. Ich will jetzt ein punktiertes C schreiben, das heißt, ich drücke einmal die Taste C und danach einfach den Punkt. So wie man es auch machen würde beim Notenschreiben. Die Note eingeben und danach einen Punkt. Den können Sie auch öfter drücken. Wenn Sie Ihren Musikern einen riesen Gefallen tun wollen, können Sie hier auch ganz viele Punkte notieren. Das ist immer toll vom Blattspiel zum Beispiel. In der Regel, also eine Doppelpunktierung ist schon relativ selten. Kann es noch geben, aber eine einfache Punktierung hat man eigentlich meistens. Wichtig ist, dass Sie die Reihenfolge beachten. Wenn Sie zuerst den Punkt drücken und dann die Note, dann passiert das, was ich vorher gezeigt habe. Dann können Sie nur noch punktierte Noten eingeben. Das sieht man dann auch hier oben. Der Punkt ist jetzt arretiert. Und da gab es ja den Trick, dass ich gesagt habe, zweimal die Fünf drücken, und dann ist alles wieder im Ausgangszustand. Also die Reihenfolge ist wichtig. Sie müssen es im Prinzip so machen, wie wenn Sie die Note von Hand schreiben würden. Man gibt da erst die Note ein und dann macht man den Punkt dahinter. Und genauso müssen Sie es im Finale auch machen. Also erst das C eingeben und dann den Punkt drücken. Gut, jetzt kommen zwei Sechzehntel, D und C. Das heißt, ich schalte um auf Sechzehntel, sage D und C und jetzt hätte ich gerne noch zwei Viertel H und A. Also wieder Viertel H und A. Warum ist diese Methode meiner Meinung nach besser als diese Hyperscribe-Methode, die wir vorher gesehen haben? Ganz einfach. Bei der Hyperscribe-Methode ist es so, dass ich hier erstmal einen großen Bereich eingebe und dann muss ich hier und da korrigieren. Ich habe mich da verspielt, ich habe da zu kurz gedrückt etc. Und dann bin ich mit dem Korrigieren relativ beschäftigt. Korrigieren würde man so machen, indem man auch die Alt-Taste oder die Steuerungstaste gedrückt hat, eine Note anklickt und sie dann entweder verschiebt oder mit Alt-Taste und der entsprechenden Ziffer kann man auch die Länge ändern. Also Alt 4 macht daraus eine Achtel, Alt 5 macht daraus eine Viertel. Da bin ich dann, wie gesagt, fast immer mit Korrigieren beschäftigt. Bei der einfachen Eingabe dagegen ist es ja so, dass ich die Note quasi sofort eingebe und wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, kann ich gleich STRG Z oder COMMAND Z drücken und das sofort rückgängig machen. Und wenn man ein bisschen geübt ist, Ziffernblock links, MIDI-Keyboard rechts, kann man wirklich im Live-Tempo Noten eingeben. Also ich kann zu Hause wirklich auf die Art und Weise im Live-Tempo Noten eingeben und wenn ich mich verspiele, drücke ich sofort COMMAND Z oder STRG Z, um das rückgängig zu machen und fertig ist die Laube. Deswegen ist meiner Meinung nach diese einfache Eingabe wirklich die beste aller Möglichkeiten. Gut, schauen wir mal weiter. Alterationen ist das Nächste. Ich gebe jetzt mal ein C, D und jetzt will ich ein S eingeben. So, und das ist auch praktisch so wie beim echten Notenschreiben. Ich gebe erst ein E ein und danach drücke ich die Minustaste. Das war es schon. Wieder die Reihenfolge beachten. Erst die Stammtonhöhe eingeben und dann die Alteration. Auch das Minus kann ich öfter drücken. Sie müssen dafür auch wirklich das Minus auf dem Ziffernblock drücken. Bei dem anderen Minus gibt es nur eine Alterationsmöglichkeit. Und das Plus logischerweise macht das Gegenteil. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fis notieren wollte, würde ich praktisch ein F eingeben und danach das Plus drücken. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Erst die Stammtonhöhe eingeben und danach Minus beziehungsweise Plus drücken. Ich gebe den Tag mal weiter ein. Da kommt jetzt ein F. Jetzt habe ich mich verklickt. Hier ein F. Und jetzt kommt eine Achtel G. Und jetzt käme eine Achtel C1. Ich habe hier so ein kleines Notenbeispiel vorbereitet. Und jetzt muss ich aufpassen. Mein G1 steht näher am C2. Wenn ich jetzt das C drücke, käme ein C2. Jetzt könnt ihr natürlich entweder noch sagen Shift Alt Pfeil nach unten. Oder ich achte halt gleich im Vorfeld drauf, dass mein Cursor näher am C1 einsteht. Ich muss ihn einfach nur ein bisschen runterschieben und drücke dann das C. Die Problematik habe ich natürlich nicht, wenn ich mit MIDI-Keyboard arbeite. Klar, da bin ich natürlich in der richtigen Oktave. Aber wir versuchen das ja jetzt mal möglichst ohne MIDI-Keyboard zu machen. Mit MIDI-Keyboard ist es halt noch ein bisschen einfacher. Gut, jetzt kommt eine Sechzehntel Fis. Ich schalte um auf Sechzehntel, drücke F und danach ein Plus. Dann kommt eine Achtel Ass, Achtel A-. Sie merken, es ist wirklich ganz einfach. Sechzehntel Fis wieder. Hier muss ich sogar nur das F drücken. Ich habe ja noch ein Fis. Ich brauche es also nicht nochmal neu eingeben. Und dann kommt nochmal Achtel G und wieder C1. Ganz, ganz simpel eigentlich. Und das ist wirklich bedeutend schneller und viel, viel besser, als wenn Sie da jede einzelne Note mit Mausklick irgendwie einsetzen. Sie werden wirklich merken, wenn Sie das zwei-, dreimal gemacht haben, das geht wirklich ganz ruckzuck. Gut, schauen wir uns mal die nächste Besonderheit an. Jetzt kommt ein, Entschuldigung, ein B. Also ich gebe ein H ein, dann ein Minus. Dann kommt ein Ass. Also A-G. Und jetzt kommt was Besonderes im nächsten Tag. Ich habe hier eine punktierte Achtel F. Also Achtel F und dann den Punkt. Und jetzt hätte ich gerne ein Erinnerungsvorzeichen. Ich zeige Ihnen mal, was das ist. Und zwar ist das hier ein Vorzeichen in Klammern. Das macht man ganz gerne, wenn hier so im Takt davor zum Beispiel ein Fis war und ich jetzt hier nochmal deutlich machen will, denkt dran, dass es aufgelöst wird. Und auch dafür gibt es einen Tastaturkürzel und das ist die Taste P. Die kann ich einmal drücken, dann habe ich ein Erinnerungsvorzeichen in Klammern. Und wenn ich hier ein zweites Mal drücke, hätte ich ein Erinnerungsvorzeichen ohne Klammer. Taste P. Wenn Sie nicht mehr wissen, dass es die Taste P ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie haben eine Tastatur, dann sehen Sie das hier auf dem P. Es gibt zum Beispiel auch von uns solche Mauspads hier. Kann ich mal in die Kamera halten. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Dann sieht man zum Beispiel auch hier auf der P. Erinnerungsvorzeichen. Da habe ich zum Beispiel auch hier unten einen Ziffernblock. Also es gibt, wie gesagt, auch so schöne Mauspads, wo man das praktisch drauf hat. Oder man schaut einfach nochmal in dem Menü hier. Ja, einfache Eingabe, Bearbeitungsbefehle, Vorzeichen. Und da sehe ich ja die ganzen Tastaturkürzeln. Hier sehe ich schon Vorzeichen in Klammern P. Man kann sich das also praktisch auch selber nochmal erarbeiten. Gut, jetzt kommt eine Sechzehntel A. Und jetzt muss ich aufpassen, das ist ja noch ein Ass. Ich habe ja hier im Moment ein Ass vorgezeichnet. Jetzt will ich wirklich das A auflösen. Das kann ich jetzt natürlich nicht mit Erinnerungsvorzeichen machen. Beim Erinnerungsvorzeichen würde ich noch mal hinschreiben. Denk dran, du bist noch beim Ass. Wir müssen jetzt wirklich ein echtes Auflösungszeichen nehmen. Und das macht man mit der Taste N. N wie Norbert oder wie Null. Und dann wird die Note praktisch aufgelöst. Das heißt, mit der Null erzeuge ich wirklich ein Auflösungszeichen. Und mit der Taste P zeigt ihr mir einfach nochmal gerade das vorherrschende Vorzeichen an. Das ist also ein kleiner, feiner Unterschied. Das hier ist mit der Taste P erzeugt. Das hier ist mit der Taste N erzeugt. Gut, und jetzt endet der Takt mit einer Sechzehntel H. Die muss ich auch auflösen. Einer, dann kommt ein A, dann kommt ein Gis. Also G plus, F plus, Fis und ja, mal bis hierhin. Ich denke, mehr brauchen wir zum Thema Vorzeichen nicht wissen. Sie können, theoretisch fragt gerade jemand, ob man auch das Pluszeichen nehmen kann. Ja, klar, das können Sie auch machen. Beim Pluszeichen wird halt immer nach oben alteriert. Beim N ist es halt wirklich definitiv ein Auflösungszeichen. Also beim N habe ich definitiv ein Auflösungszeichen. Beim Plus müssen Sie natürlich eventuell nach oben oder unten alterieren. Also das ist durchaus auch machbar, absolut. Okay, also wir haben jetzt schon gesehen, Note gibt man ein, indem man die Länge definiert und dann auf dem MIDI-Keyboard oder auf der Tastatur die Tonhöhe drückt. Bei der Tastatur muss man beachten, dass man in der richtigen Oktave ist. Ist aber nicht so schlimm, kann man im Nachhinein ändern. Und sobald man die Note eingegeben hat, kann man danach was mitmachen. Alterieren mit Plus oder Minus. Erinnerungsvorzeichen mit P. Punktieren mit Punkt. Also erst die Note eingeben, danach was machen. Gut, schauen wir uns mal die nächste Übung an. Und zwar ist das ein Haltebogen. Es ist immer das gleiche Prinzip. Man gibt erst die Note ein, danach macht man was damit. Und einen Haltebogen gibt man ein, indem man die Note beginnt. Und dann drückt man die Taste T. Und dann habe ich den Haltebogen. Und jetzt kommen einfach nur noch Achtel. C, D, E, G. Und von dem G habe ich nochmal einen Haltebogen mit der Taste T. Wieder zu einer Viertel G. Also Haltebogen einfach die Taste T. Man gibt zuerst die Note ein, dann drückt man die Taste T. Und dann kommt die Note, zu der praktisch angebunden werden soll. Also ganz, ganz simpel eigentlich. Gut. Jetzt kommt ein besonderer Takt. Da habe ich eine A Viertel. Ein Haltebogen, herangebunden nochmal an eine Achtel A. Und jetzt kommt eine Vorschlagsnote Gis. Eine sechzehntel Vorschlagsnote. Ich zeige erst mal, wie die aussieht. Ich gebe mal den Takt gerade ein und dann mache ich das mal ganz gemütlich mit Ihnen zusammen. Und so ist es. Das ist der Takt, den ich eingeben will. Und die Besonderheit ist jetzt hier dieses sechzehntel Vorschlagsnote Gis. Wie habe ich die erzeugt? Also der Anfang ist klar. Viertel A. Haltebogen mit C. Achtel A. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Die Vorschlagsnote gebe ich erst ganz normal ein. Wie eine ganz normale Note. Das heißt, ich gebe erst mal ein sechzehntel Gis ein. Das heißt, ich schalte immer auf sechzehntel. Dann drücke ich das G. Und mit dem Plus mache ich ein Gis draus. Jetzt ist es im Moment noch eine normale sechzehntel. Und jetzt gibt es einen Tastaturkürzel, wo ich die Note umwandeln kann. Und zwar ist das Alt G. Mit Alt G kann ich eine Note in eine Vorschlagsnote umwandeln. Hin und her. In dem Moment, wo Sie die eingeben, steckt die vielleicht noch so ein bisschen in der Note davor drin. Das liegt daran, dass das Finale ja noch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber sobald Sie jetzt die nächste Note eingeben, also in diesem Fall ein Achtel A, dann sieht das auch ordentlich aus. Also eine Vorschlagsnote geben Sie ganz einfach ein, indem Sie die Note normal eingeben. In diesem Fall ein sechzehntel G. Und dann drücken Sie Alt G. Oft kommt die Frage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abseits von der Noteneingabe, aber oft kommt die Frage, wie gibt man Vorschlagsnoten ohne Fähnchen ein. Die hat ja hier so ein Fähnchen. Bei Windows ist es auch Alt G. Übrigens mit Steuerung G gibt man hier eine ganze Gruppe von Vorschlagsnoten ein. Jetzt kommt ja ab und zu mal die Frage, wie gehe ich Vorschlagsnoten ohne Fähnchen ein. In Finale ist es so, Finale sind die Dokumente standardmäßig so eingestellt, dass Vorschlagsnoten immer Fähnchen haben. Diese Einstellung kann man aber ausmachen und dann habe ich auch die Möglichkeit, Vorschlagsnoten ohne Fähnchen einzugeben. Das gilt dann allerdings nur für dieses Dokument. Das würde man machen in dem Menü Dokument. Dokument Optionen. Und hier haben Sie tausend mögliche Einstellungen, die jetzt speziell für dieses Dokument gelten. Und dann schauen wir hier mal unter Vorschlagsnoten. Und da finde ich den Übeltäter. Alle Vorschläge mit Fähnchen durchstreichen. Das ist grundsätzlich an. Und das können Sie aber jetzt ausmachen und auf OK klicken. Jetzt sehen Sie schon, dass die Vorschläge hier kein Fähnchen mehr haben. Und jetzt habe ich mit der Taste Alt G eine Möglichkeit mehr. Also ich gebe noch mal eine Sechzehntel A jetzt ein. Und jetzt kann ich sagen Alt G das erste Mal. Dann ist es eine Vorschlagsnote ohne Fähnchen. Wenn ich das zweite Mal drücke, hat sie ein Fähnchen. Und beim dritten Mal wäre es wieder eine normale Note. Das heißt, dann haben Sie eine Option mehr auf dieser Alt G-Taste. Falls Sie Vorschlagsnoten ohne Fähnchen brauchen, dann, wie gesagt, in den Dokument Optionen deaktivieren. Wenn das so schnell geht, verweise ich jetzt einfach noch mal auf die Aufzeichnungen des Webinars. Wie gesagt, wir werden alle Webinare, diese alle Kurzwebinare, werden alle aufgenommen, können sich auch noch mal in aller Ruhe anschauen. Gut. Vorschlagsnoten. Pausen. Das nächste. Pausen wollen wir natürlich auch eingeben. Pausen sind sehr simpel. Und zwar gebe ich einfach anstatt der Tonhöhe, ich habe jetzt mal eine Achtel G eingegeben, jetzt möchte ich gerne zwei Achtel Pausen haben, anstatt dass ich jetzt eine Tonhöhe drücke. Also anstatt dass ich auf mein Medi-Keyboard eine Tonhöhe drücke, oder hier eine Tonhöhe, drücke ich einfach die Null. Der Null gebe ich eine Pause ein. Nochmal, jetzt habe ich noch die Noten G und A, zweimal Null und wieder E. Pausen kann ich genauso behandeln wie Noten auch. Das heißt, wenn ich eine Viertelpause eingeben will, drücke ich erst die Fünf, die Viertel, dann die Null und ich kann auch eine Pause punktieren. Mit dem Punkt. Und übrigens auf dem Ziffernblock, das Komma macht das Gleiche. Also Punkt und Komma ist immer eine Punktierung. Kann ich also auch auf dem Ziffernblock machen. Für Fähnchen sagt gerade jemand, gibt es auch ein Plugin? Jawohl, gibt es auch. Aber wie gesagt, wenn man das bei der Eingabe gleich ändern will, kann man das so machen. Gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal hier unten im Takt 13, noch eine Achtelpause, eine punktierte Achtelpause eingeben will, drücke ich auf die Achtel, dann die Null für die Pause und dann kann ich die anschließend noch punktieren. Also eine Pause wird ganz normal eingegeben, wie jede andere Note auch, nur dass ich anstatt der Tonhöhe einfach die Null drücke. Gut, das sieht jetzt etwas wüsst aus, das ist vielleicht nicht unbedingt musikalisch das Allerschönste, was ich hier notiert habe, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja wirklich um die Art und Weise der Eingabe. Kommen wir mal zu einem nächsten Punkt, und zwar Triolen. Triolen werden ganz gerne falsch eingegeben. Was man häufig sieht ist, dass man Triolen, also dass versucht wird, erst mal drei Achtel einzugeben und dann hier versucht wird, mit dem X-Tolen-Werkzeug die umzuwandeln in die Triole. Und das ist definitiv der falsche Weg. Das X-Tolen-Werkzeug hat eine andere Verwendung, und zwar bearbeitet man damit bereits eingegebene X-Tolen. Das heißt, da kann ich das Aussehen einer X-Tole verändern. Soll die lieber einen Haken haben, soll die lieber eine Klammer haben, soll die lieber römische Ziffern haben oder sowas. Aber damit gebe ich die nicht ein. Und das stößt dann spätestens auf das Problem, wenn ich zum Beispiel auf Takt Schlag 4 eine Triole eingeben will. Ich habe hier drei Viertel, und jetzt will ich noch eine Achtel-Triole angeben, und ich kriege hier ja keine drei Achtel unter. Das heißt, so funktioniert das nicht. Ist aber auch nicht schlimm, weil es geht tatsächlich viel einfacher. Wir müssen ja gar nicht großartig ändern, sondern da gibt es einfach nur die Taste 9. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Achtel-Triole eingeben will, gebe ich erst eine Achtel ein. Das ist zum Beispiel die Note C. Das ist immer das gleiche Prinzip. Man beginnt immer mit einer Note. Und jetzt brauche ich nur die Taste 9 zu drücken. Und dann wird das Ding umgewandelt in die Triole, und jetzt kann ich noch die anderen beiden Noten eingeben. Viertel-Triole, ganz genauso. Ich gebe erst eine Viertel ein, dann die 9, und dann kann ich das ändern. Also man gibt immer die erste Note ein, zum Beispiel eine 16. Triole, vielleicht noch eine 16. Dann die 9, und dann eingeben. So gibt man Triolen ein. Immer die erste Note, dann die 9, und dann eingeben. Bei Verschachtel-Triolen kommen wir gleich noch drauf. Wenn jetzt zum Beispiel die erste Note eine Viertel sein soll, und dann noch eine Achtel, macht man es ein bisschen anders. Das machen wir aber später. Erstmal grundsätzlich Standard-Triolen, wo die praktisch alle gleich sind. Gibt man die erste Note ein, ganz normal. Drückt dann die 9, und gibt die ein. Und das klappt auch am Taktende, weil ich hier den Takt nicht überfülle. Ich gebe eine Achtel ein, drücke dann die 9, und dann die 3 Trio. Und das ist die richtige Art und Weise, Triolen einzugeben. Und Sie sehen auch, dass es viel, viel einfacher ist, wenn ich anfange, irgendwie mit dem X-Tolen-Werkzeug da dran rumzuschrauben. Macht wenig Sinn. Einfach die Taste 9 nutzen. Gut. Dann Balken trennen ist noch so ein Punkt. Ich gebe jetzt mal was ein. Das sind jetzt einfach nur Achtel. Hier sieht man auch schon wieder den Vorteil dieser Art und Weise. Diese zwei Takte mit der Maus einzuklicken, wäre jetzt schon ziemlich ärgerlich gewesen. Mit dem MIDI-Keyboard oder mit der PC-Tastatur sehr einfach. Und jetzt möchte ich gerne Balken trennen. Ich möchte zum Beispiel, dass diese Achtel hier abgetrennt ist. Also zwischen dem C und dem G der Balken getrennt ist. Jetzt muss ich auf das G gehen. Also man geht auf die zweite Note. Das kann ich entweder folgendermaßen machen. Ich halte die Alt-Taste gedrückt oder beim Windows-Rechner die Steuerungstaste und klicke direkt auf das G. Oder ich kann auch hier mit den Pfeiltasten durchgehen. Hier Pfeil nach links. Solange bis ich auf den G bin beziehungsweise Pfeil nach rechts kann man also hier auch durchpfeilen. Wenn ich jetzt auf den G bin, muss ich nur die Raute-Taste drücken. Und das war's schon. Mit der Raute-Taste kann ich also praktisch den Balken zur vorhergehenden Note trennen beziehungsweise wenn da noch keiner ist, kann ich den wieder setzen. Also will ich jetzt hier zum Beispiel diese C-Auftaktik haben. Ja, trenne hier den Balken. Dann will ich hier vielleicht im nächsten Takt ein 3-3-2-Schema haben. Das heißt, hier trenne ich den Balken. Hier muss ich ihn wieder setzen. Und hier trenne ich ihn wieder. Also einfach mit der Raute-Taste. Man markiert, wichtig, die zweite Note. Also nicht die erste, sondern die zweite. Und dann kann ich hier mit der Raute-Taste Balken setzen und trennen. Also auch was, was man sehr, sehr häufig braucht. Gut. Nächste Übung. Akkorde eingeben. Mit dem MIDI-Keyboard ist das natürlich simpel. Da drücke ich einfach den Akkord. Das ist überhaupt gar kein Problem. Mit dem MIDI-Keyboard denkbar einfach. Ohne MIDI-Keyboard auch kein Problem. Ich will jetzt einen G-Dur-Akkord eingeben. Das heißt, ich gebe mal das G ein. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, der Ziffernblock und die Zahlenreihe machen was Unterschiedliches. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Mit der Zahlenreihe kann ich nämlich jetzt Intervalle drüber setzen. Also, mit der 3 kann ich da eine Terz draufsetzen. Und darauf kann ich jetzt nochmal eine Terz draufsetzen. Und darauf jetzt eine Quad. Also praktisch wie Bauklötzchen. Also, es geht nicht vom Grundton aus, sondern wie Bauklötzchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen C-Dur-Akkord eingeben will, gebe ich erst ein G ein. Dann die 4. Ich will da eine Quad draufsetzen. Dann die 3. Und dann nochmal die 3. Wenn Sie jetzt keinen Ziffernblock haben, Sie haben also vorher umgestellt, dass Sie eine Laptop-Belegung haben, dann haben Sie ja auf den Zahlenreihen hier Ihre Nullängen. Dann kommen die F-Tasten darüber ins Spiel. Dann drücken Sie F3, F3, F4. Also nicht 3, 3, 4, sondern F3, F3, F4. Und bei den meisten Rechnern müssen Sie beachten, bei Apple-Rechnern und auch bei den meisten PC-Rechnern, dass da aus diesen F-Tasten noch so Betriebssystemfunktionen sind. Bildschirm heller, Bildschirm dunkler oder sowas. Das heißt, da müssen Sie in der Regel noch zusätzlich diese Fn-Taste gedrückt halten. Hier ist die beim Apple hier. Beim Windows-Rechner ist die wahrscheinlich irgendwo links unten, so eine Fn-Taste. Das heißt, wenn Sie auf den Ziffernblock umgestellt haben, ich kann es ja gerade mal zeigen, ich schalte mal hier auf die Laptop-Belegung um. So, jetzt will ich nochmal den G-Dur-Akkord eingeben. Und jetzt ist ja hier auf meiner Zeilenreihe, hier habe ich jetzt die Notenlänge. Das heißt, ich muss die F-Tasten nehmen. Und bei meinem Fall ist es auch so, hier liegen Betriebssystemfunktionen drauf. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur F3 drücken, sondern ich muss die Fn-Taste gedrückt halten und dann sage ich F3, F3, F4. Also, wenn Sie keinen Ziffernblock haben, nutzen Sie die F-Tasten und in der Regel zusammen mit der Fn-Taste. Das ist im Prinzip der einzige Unterschied. Und wenn Sie einen Ziffernblock haben, ich schalte das jetzt wieder zurück, dann können Sie direkt die Zahlenreihe benutzen. Übrigens kann man Akkorde auch nach unten eingeben. Da muss man natürlich auch einmal auf OK klicken. Also, ich kann nicht nur Intervalle nach oben eingeben, ich kann es auch nach unten eingeben. Geben wir mal den G-Dur-Akkord andersrum rein. Erst das G. Und jetzt halte ich zusätzlich die Shift-Taste gedrückt und dann gehen die Intervalle nach unten. Also, Shift-4 macht eine Quad drunter. Shift-3 macht da nochmal eine Terz drunter. Und dann nochmal Shift-3 macht da praktisch auch eine Terz drunter. Gut, jetzt muss ich mal gerade kurz schauen. In der Zwischenzeit sind so ein paar Fragen eingegangen. Gut, Vierfalk hat jemand, wie gibt man ein G-Moll ein? Also, sprich eine Alteration im Akkord ganz genauso. Also, ich gebe das G ein, dann die, ich muss hier immer wechseln, das G ein, dann die Terz und jetzt kann ich noch das Minus drücken. Und dann wieder Terz, Terz. Also, sagen wir mal noch ein C-Moll-Akkord. Erst das G. Dann die Vier. Dann die Drei. Und jetzt bin ich im Moment bei dem E. Und das kann ich jetzt noch alterieren. Und dann da nochmal eine Drei über. Also, ganz genauso mit der Alteration. In dem Moment, wo ich das Intervall eingegeben habe, kann ich es dann noch entsprechend alterieren. Gut, zwei Punkte haben wir noch. Und dann bin ich im Prinzip auch schon durch und gehe noch auf die restlichen Fragen ein. Hier fragt jetzt gerade noch jemand, was so ein MIDI-Keyboard kostet. Von, sage ich mal, 20 Euro bis zwei Millionen Euro. Also, Sie kriegen ab 20 Euro schon eins. Sie brauchen wirklich kein großes, teures mit Klangerzeuger. Da reicht einfach nur eine Tastatur. Ganz normales MIDI-Keyboard. Die haben heutzutage alle einen USB-Anschluss. Wenn Sie noch ein ganz altes haben, das meinen Sie wahrscheinlich mit normalen Keyboard, das noch normale MIDI-Stecker hinten hat, dann brauchen Sie noch so einen MIDI-Adapter dazwischen. Aber wie gesagt, Sie brauchen rein für die Noteneingabe kein wahnsinns teures Keyboard. Im Gegenteil, diese teuren Sachen erzeugen meistens zu viele MIDI-Daten und dann kann es Probleme geben. Nimm ein stinknormales 20, 30 Euro Keyboard und fertig ist die Geschichte. Gut, so, zwei Sachen haben wir noch und dann bin ich mal mit dem Pflichtprogramm durch. Und zwar müssen wir noch sehen, wie man zwei unterschiedliche Stimmen eingibt. Das mache ich jetzt mal. Und zwar habe ich oben eine Stimme. Und darunter will ich eine Stimme eingeben, die einen anderen Rhythmus hat. Das heißt, oben, das mache ich jetzt mal direkt mit dem MIDI-Keyboard. Völlig egal. Ist jetzt keine Wahnsinnskomposition. Und jetzt will ich darunter eine andere Stimme eingeben. Muss also wieder hier zurück mit Alt. Und jetzt, um die andere Stimme eingeben zu können, muss ich in eine andere Ebene wechseln. Und zwar kann ich das hier ganz unten machen. Bei Mac sieht man hier unten so ein ganz kleines Aufklappmenü. Ebene 1, 2, 3, 4. Bei Windows sind hier unten so ganz kleine Ziffern. 1, 2, 3, 4. Oder Sie können auch ins Menü Ansicht gehen und sagen, Ebene wählen. Das ist genau das Gleiche. Also Ebene 1, 2, 3, 4. Und ich muss jetzt in die Ebene 2 gehen. Und jetzt habe ich die in einer anderen Farbe. Und jetzt kann ich hier praktisch eine andere Stimme eingeben. Und habe hier praktisch jetzt rhythmisch eine andere Stimme eingegeben. Wichtig ist, dass Sie wirklich von oben nach unten eingeben. Also Ebene 1 sind die höheren Noten. Ebene 2 sind die tieferen. Ebene 3 und 4 braucht man selten. Schlagzeuger brauchen sowas meistens, dass man dann mehrere unterschiedliche Rhythmen hat. Das ist die eine Sache, auf die Sie achten müssen. Weil dann auch die Halsrichtung stimmt. Und die andere Sache ist, wenn es jetzt einstimmig weitergeht, dass Sie dann möglichst wieder auf die Ebene 1 schalten. Das sollte man nicht vergessen. Man kann das im Nachhinein noch ändern. Aber besser ist, wenn man gleich dran denkt. Also einstimmig immer in der Ebene 1. Dann gibt es keine Probleme. Das ist auch der Grund, warum die farbig sind. Damit man auf dem Bildchen auch direkt sieht. Achtung, das ist eine andere Ebene. Und gut ist. Das ist also noch das, was wir noch sehen wollten. Einfach hier mit den Ebenen kann ich eine unterschiedliche Stimme eingeben. Und das letzte ist noch das tollste Thema. Und das war ja schon eine Frage, wie gebe ich jetzt noch andere X-Tolen ein? Also alles, was jetzt keine Standard-Triole ist. Und auch das ist sehr einfach. Und zwar will ich jetzt mal eine Sechzehntel-Sechstole schreiben. Und das ist das gleiche Prinzip wie vorher auch. Ich gebe die erste Note ein. Das ist immer so. Man gibt immer die erste Note ein. Das heißt, ich gebe eine Sechzehntel-C ein. Und jetzt drücke ich aber nicht die 9. Wenn ich die 9 drücken würde, würde ich ja Sechzehntel-Triolen schreiben. Ich will jetzt eine Sechzehntel-Sechstole schreiben. Und dann muss ich anstatt der 9, muss ich Alt-9 drücken. Also, ich muss hier immer wieder, weil jetzt im Fragenfenster dauernd was passiert, muss ich hier immer wieder hin und her springen. Also, Alt-9. Und jetzt geht ein Fenster auf. Und jetzt kann ich hier sagen, was ich eingeben will. In meinem Fall sind das 6 anstelle von 4. Warum? Ich will ja 6 Sechzehntel eingeben, wo normalerweise 4 kämen. Wichtig ist, dass Sie hier wirklich 4 eingeben. Standardmäßig steht hier 2. Dann würden Sie 6 Sechzehntel über die Dauer von 2 Sechzehnteln eingeben. Also, 6 anstelle von 4. Klicke auf OK. Und jetzt ist es eine ganz normale Sechstole. Und jetzt kann ich hier die restlichen Tonhöhen eingeben. Eine Quintole. Geben wir auch noch ein. Geht ganz genauso. Ich gebe wieder die erste Note ein. Und jetzt sage ich Alt-9. Und jetzt sind es eben 5 anstelle von 4. Und dann kann ich die restlichen Tonhöhen eingeben. Ganz simpel. Also, man gibt immer die erste Note ein. Das ist immer der gleiche Schritt. Die erste Note. Und dann sagen Sie halt Alt-9. Und dann sagen Sie, wie viele Noten Sie über welche Dauer eingeben wollen. Das ist eigentlich schon der ganze Trick dabei. Jetzt kommt die letzte Frage. Wie durchmischt man Notenwerte innerhalb einer Triole? Da wollte ich gerade eben noch drauf eingeben. Und dann sind wir auch praktisch mal mit dem Pflichtprogramm durch. Es gibt ja zum Beispiel häufig den Fall, dass ich gerade bei Achteltriolen, dass da zwei Achtel zu einer Viertel zusammengefasst sind. Im umgekehrten Fall. Wenn erst eine Achtel kommt. Gehen wir mal hier unten hin. Wenn erst eine Achtel kommt und dann die Viertel. Dann ist es simpel. Das heißt, ich gebe die Achtel ein. Drücke die 9. Jetzt ist es eine Achteltriole. Und jetzt kann ich umschalten auf die Viertel. Und die Viertel eingeben. Der Fall ist simpel. Weil Finale anhand der ersten Note erkannt hat, das ist eine Achteltriole. Und dann macht es auch eine Achteltriole. Und dann kann ich die letzten beiden Achtel mit einer Viertel zusammenfassen. Umgekehrt ist es aber nicht so einfach. Wenn ich jetzt eine Viertel eingebe und dann die 9. Dann geht Finale ja davon aus, dass ich eine Vierteltriole eingeben will. Ich will aber eine Achteltriole eingeben. Wie mache ich das? Ganz einfach. Der erste Schritt ist schon der richtige. Ich beginne immer mit der ersten Note. Ist immer so. Ich gebe die erste Note ein. Und jetzt muss ich Finale aber explizit mitteilen, dass ich nicht eine Vierteltriole eingeben will, sondern eine Achteltriole. Das heißt, ich sage wieder Alt 9. Bin wieder in diesem Fenster. Und jetzt muss ich hier ganz explizit einstellen. Ich will drei Achtel. Aktuelle Dauer bedeutet, analysiert die Note, die ich eingegeben habe. Das wäre in drei Viertel. Das will ich ja nicht. Ich will drei Achtel. Und die hätte ich gerne über eine Dauer von zwei Achteln. Normalerweise kämen zwei Achtel. Ich will anstatt dessen drei Achtel. Dann sage ich okay. Und jetzt merkt Finale alles klar. Herrchen will Achteltriole eingeben. Die ersten beiden hat er schon verbraten. Jetzt kann ich einfach noch auf diese Achtel umschalten und die eingeben. Finale geht bei der ersten Note immer davon aus, wenn ich die 9 drücke, dass es diese Note dann auch zur Triole umschalten soll. Und wenn die erste Note halt nicht meiner Triole entspricht, wie in diesem Fall, ich will eine Achteltriole haben, dann muss ich wieder mit Alt 9 arbeiten und Finale genau sagen, wie viele Schläge will ich über welchen Zeitdauer haben. Ich könnte ja anstatt zwei Achtel auch eine Viertel schreiben. Das ist logischerweise das Gleiche. Sie können da natürlich die wildesten Sachen machen. Irgendwie 17, 16 über die Dauer von drei Halben, wenn Sie Ihre Musiker so richtig lieb haben. Ich verspreche Ihnen auf jeden Fall, dass die Musiker Sie danach lieb haben werden. Also, wie gesagt, mit Alt 9 gibt man alles ein, was nicht eine Standardtriole ist. Und dann sind wir mit der Noteneingabe eigentlich durch. Sie merken, wir haben ein absolutes musikalisches Meisterwerk produziert, das ich jetzt nicht unbedingt vorspielen will. Aber wir haben im Prinzip alles angeschaut. Wie gibt man Noten ein? Wie punktiert man? Punkttaste. Alteration. Plus oder Minus. Vorzeichen in Klammern. P. Auflösungszeichen. N. Haltebogen. T. Vorschlagsnote. Alt G. Und wie gesagt, wenn ich Vorschlagsnoten ohne Fähnchen brauche, muss ich die in den Dokumentoptionen noch ausschalten. Pausen. Einfach die Null. Triole. Erste Note eingeben. Neun drücken. Balken. Raute-Taste. Da komme ich gleich noch zu. Hier ist eine N-harmonische Verwechslung passiert. Das erkläre ich gleich noch. Zwei Stimmen. Nimmt man hier zwei Ebenen. Die findet man im Menü Ansicht. Ebene wählen. Oder hier unten. Und X-Tolen. Also alles, was keine Standardtriole ist. Erste Note eingeben. Alt. Neun. Und finale mitteilen, was man eingeben will. Hier ist jetzt noch eine Kleinigkeit passiert. Und zwar eine N-harmonische Verwechslung. Wenn ich Noten normal eingebe mit der Tastatur, dann weiß ich ja, dass ich ein Cis eingeben will. Oder eben ein D. Ein Des. Beim MIDI-Keyboard kann es aber natürlich zu einer N-harmonischen Verwechslung kommen. Ich drücke jetzt hier das S und wollte aber eigentlich ein Diss eingeben. Ja, das kann mit dem MIDI-Keyboard passieren. Und auch dafür gibt es ein Kürzer. Und zwar ist das Alt-E. Mit Alt-E kann ich eine Note in hier N-harmonisches Pendant ändern. Und das kann ich auch hier oben mit dem Akkord machen. Ich wähle ihn jetzt praktisch an. Sage Alt-E. Und dann geht er hier so durch die verschiedenen Möglichkeiten durch. Muss ich halt so lange Alt-E drücken, bis er die richtige Möglichkeit hat. Oder theoretisch könnte ich auch diese einzelnen Note, für den einzelnen Notenkopf markieren und Alt-E drücken. Das ist jetzt ein Luxusproblem. Das kann Ihnen eigentlich nur passieren, wenn Sie mit dem MIDI-Keyboard arbeiten. Wenn Sie ohne MIDI-Keyboard arbeiten, wissen Sie natürlich, dass Sie ein Diss und kein Cis eingeben wollen. Ein Des und kein Cis. Gut. Das soweit zur Noteneingabe. Wir sind auch ziemlich genau in einer Stunde durchgekommen. Das ist auch was, was wir in unseren Live-Workshops immer als erstes machen. Nur halt dann noch mit etwas mehr Zeit, wo man das Ganze dann noch üben kann. Gut. Alles klar. Dann sind wir hier mit der Noteneingabe durch. Und jetzt bitte, falls noch Fragen sind, bitte jetzt stellen. Wenn Sie irgendwann zwischendrin eine Frage gestellt haben, ich habe gesagt, bitte am Schluss stellen, dann bitte nochmal eingeben, weil diese Fragen nach einer Zeit hier wieder verschwinden. So. Der erste Fakt, für welche Version von Finale gelten die Funktionen? Ab 2004, meine ich. Also das gibt es schon ewig. Früher, vor 2004, glaube ich, war die einfache Eingabe tatsächlich nur Noten einklicken. Und seit 2004, also schon seit ewig und drei Tagen, funktioniert das so, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Wie gesagt, die anderen Werkzeuge gibt es auch noch. Aber hier die einfache Eingabe, denke ich, ist mit so das komfortabelste. Gut. Ah, das erste Frage, das ist schon etwas komplexer. Oh, jetzt kommt ganz viel. Hier schreibt jemand, wie man eine Stimme, die eigentlich Pausen hat, noch kleine Noten oberhalb der Pausen einen Melodie verläuft, also Stichnoten praktisch. Sie wollen Stichnoten erzeugen. Da gibt es ein Plugin für. Das würde ich gerne, wenn wir uns mit Plugins beschäftigen, zeigen. Es gibt ein Plugin, wo ich ein Ausgangsmaterial anwählen kann. Und dann kann ich sagen, Plugins, Noten, ne, Partituren, Arrangement, also Stichnoten erzeugen. Und dann kann ich praktisch sagen, wo die Stichnoten dann stehen sollen. Man kann das auch manuell machen. Also, wenn man zum Beispiel hier die Ebene 1 hat, kann ich jetzt die Noten hier mit dem Menü Extras auswechseln. Notengröße ein bisschen verkleinern, sagen wir mal auf 70%. Und kann jetzt hier in Ebene 2 drunter weiterschreiben. Die Ebene 2 hat dann wieder normale Größe. Aber das ist schon etwas Spezielleres. Das hat jetzt weniger was mit der Noteneingabe an sich zu tun. Gut. Wo bekommt man dieses Mousepad mit den Vorgaben? Das bekommen Sie bei Ihrem Musikhändler oder auch direkt bei uns. Bei uns im Moment gerade nicht. Die sind ausverkauft. Wir drucken aber nach. Die werden bald wieder zur Verfügung stehen. Ansonsten fragen Sie einfach mal beim Musikhändler Ihres Vertrauens. Dann fragt hier jemand, wie löscht man Punkte im Nachhinein? Grundsätzlich können Sie die Note immer verändern, indem Sie die anwählen. Und dann sagen Sie Alt 5. Also Alt 5, dann wird es wieder eine Viertel. Jetzt fehlt natürlich in den Takt eine Achtel. Das heißt, in dem Moment, wo ich sie verlasse, taucht dann am Ende die Achtelpause auf. Aber eine Note können Sie jederzeit ändern. Mit Alt und dann eben die Länge ändern. Und so kriegen Sie auch am leichtesten den Punkt weg, in dem Sie einfach sagen Alt und dann die Standardnotenlänge wieder. Gut. Balken in größeren Mengen nicht darstellen. Zum Beispiel bei Gesangsstimmen. Ja, das ist auch eine schöne Frage. Führt jetzt auch etwas weg vom Thema Noteneingabe. Ich zeige es trotzdem gerne. Die Geschichte mit der Raute-Taste, die wir gerade gesehen haben, nutzt man, wenn man an einer ganz bestimmten Stelle was ändern will. Ich kann die Balkierung aber auch grundsätzlich für das Dokument ändern. Und zwar wird die durch die Taktart bestimmt. Entweder mache ich das im Vorfeld, indem ich die Taktart gleich richtig eingebe. Wenn man nochmal in einem speziellen Webinar machen, aber grundsätzlich will ich Folgendes machen. Und zwar sage ich eine Acht-Achtel-Takt. Sieht man hier auch schon in der Vorschau, dass die Achtel einzeln markiert werden. Will aber, dass er nach wie vor als Vierviertel angezeigt wird. Jetzt habe ich optisch keinen Unterschied. Wenn ich jetzt aber Achtel angebe, sind die alle einzeln. Das Ganze kann ich aber auch im Nachhinein machen. Ich mache das nochmal rückgängig. Das war ein Schritt zu viel. So, mal angenommen, ich habe jetzt meine Achtel eingegeben. Und möchte jetzt, dass in einem ganz bestimmten Bereich die Balkierung anders ist. Wir können ruhig mal alles markieren. Dann könnte man auch sagen, im Menü Extras, neue Balken. Da gibt es ganz tolle Funktionen. Zum Beispiel gibt es auch Balken nach Text. Da kann Finale den Liedtext analysieren und die Balken passend setzen. Was wir hier suchen, ist Balken nach Taktart. Dann sagt man eben das Gleiche wie eben auch. Ich will jetzt Acht, Achtel zum Beispiel. Oder ich kann auch sagen, gemischt. Und kann jetzt zum Beispiel sagen, drei plus zwei plus drei Achtel. Und klicke auf OK. Bei dieser Variante muss ich jetzt nicht die Taktart noch rückgängig machen. Sondern da kann ich direkt auf OK klicken. Und dann ist der ganze Bereich im Nachhinein bearbeitet. Also das würde man nutzen für einen größeren Bereich. Die Raute-Taste ist halt, wenn ich an einer ganz speziellen Stelle was habe. Dann, wie ändert man nachträglich die Ebene? Ich habe ja gesagt, wenn Sie aus Versehen in der falschen Ebene eingegeben haben. Ich mache das jetzt mal gerade ganz schnell. Und dann zeige ich Ihnen im Prinzip, was ich hier gemacht habe. Nämlich wieder das Gegenstück. Wenn Sie jetzt was in der falschen Ebene eingegeben haben, können Sie den Bereich markieren. Und dann können Sie im Menü bearbeiten, sagen, Ebenen verschieben, kopieren. Und dann sagen Sie, ich will jetzt in meinem Fall den Inhalt von der Ebene 2 in die Ebene 1 schieben. Sie können ja von jeder Ebene in jede andere reinschieben. In meinem Fall will ich jetzt wieder von 2 nach 1. Klicke auf OK und dann habe ich im Nachhinein die Ebene geändert. Dann die Frage, gibt es käufliche Tastaturen für Finale mit den Kürzeln? Ja, genau diese hier. Das ist die, die Sie hier sehen. Die gibt es für Apple und für PC. Die kriegen Sie auch bei jedem Musikhändler oder bei uns direkt. Das ist genau diese Tastatur, die Sie hier auch im Bild sehen. Dann, wie kann man Akkorde auf verschiedene Ebenen aufteilen? Da ist ein bisschen Handarbeit angesagt. Also Sie wollen wahrscheinlich einen vierstimmigen Akkord entweder in vier Systeme oder wirklich tatsächlich in vier Ebenen bekommen. Da gibt es jetzt folgende Möglichkeit. Also ich habe jetzt einen Akkord und da könnte ich jetzt folgendes machen. Ich kann den Bereich markieren und sagen Extras, Stimmen verteilen. Und kann den erstmal in neue Notensysteme einstellen. In dem Fall sage ich jetzt mal in vier Systeme. Dann hätte ich diesen Akkord schon mal auf vier Systeme aufgeteilt. Jetzt kann ich natürlich in jedem System den in die Ebene schieben. Ebene 2, 3, 4. Können wir ja mal gerade machen. Das kennen wir ja jetzt schon. Ebene 1 nach 2. Hier muss ich jetzt Ebene 1 nach 3. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wofür das gut sein soll, aber ich will natürlich die Frage trotzdem gern beantworten. Viel Sinn macht das jetzt nicht unbedingt, aber machen wir natürlich gerne mal. Ebene 1 nach 4. Und jetzt kann ich den Schritt wieder rückgängig machen, kann jetzt diese vier Stimmen nehmen und kann die wieder zusammenfassen. Also ins oberste ausgewählte System. Und dann habe ich hier praktisch sowas. Jede einzelne Stimme in jeder einzelnen Ebene. Ist jetzt nicht wirklich schön, aber vielleicht gibt es ja einen speziellen Anwendungsfall, wo Sie das brauchen. Gut. Dann. Im ersten Takt fehlt noch eine Pause, füllt er es nicht automatisch auf. Gut gesehen. Sehr gut gesehen. Das lag daran, dass ich vorher im Nachhinein die Note geändert habe und dann woanders hingesprungen bin. Kann dann mal sein, dass das passiert, aber spätestens, wenn Sie das Werkzeug wechseln, wird der Takt dann aufgefüllt. Also da kümmert sich Finale schon drum. Also hätte ich jetzt, wäre ich aus der einfachen Eingabe rausgegangen, dann wäre der Takt dann auch aufgefüllt worden. Warum ist die schnelle Eingabe out? Das ist auch eine schöne Frage. Vor 2000, ich glaube 2004 war es, war es ja so, dass man mit der einfachen Eingabe nur wirklich Noten reinklicken konnte. Und die schnelle Eingabe, die gab es auch schon immer und die gibt es nach wie vor. Die hat folgendes, die ist genau andersrum zur einfachen Eingabe. Das heißt, bei der schnellen Eingabe muss ich praktisch erst die Tonhöhe halten und dann, machen wir mal hier unten, machen wir so. Und dann praktisch die Note bestätigen. Achtel. Und jetzt merken Sie vielleicht schon den Unterschied, hier muss ich jede einzelne Note bestätigen. Bei der einfachen Eingabe hingegen sage ich, ich gebe erst die Achtel ein und kann jetzt sofort zack, 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 jede einzelne Note einklicken. Das geht natürlich deutlich schneller. Also bei der einfachen Eingabe gebe ich einfach nur die Notenlänge ein und kann sofort einen ganzen Bereich einspielen. Bei der schnellen Eingabe muss ich jede einzelne Note bestätigen. Da geht es halt genau andersrum. Da drückt man erst die Tonhöhe und bestätigt die Note. Deswegen dauert das länger. Die schnelle Eingabe gibt es aus mehreren Gründen noch, weil sich halt noch viele daran gewöhnt haben und nicht unbedingt umsteigen wollen. Die hat aber vielleicht noch eine nette Besonderheit. Ab und zu nutze ich die auch, wenn ich vielleicht am Rum experimentieren bin. Ich muss doch irgendwie schauen. Bin mir noch nicht sicher. Jetzt sage ich zum Beispiel, okay, das ist es. Das ist es, was ich eingeben will und kann es jetzt bestätigen. Also zum Rum experimentieren ist die super. Aber wenn man wirklich schnell arbeiten will, ist die einfache Eingabe dann wirklich deutlich angesagter. Wie funktioniert die Eingabe eines Doppelhalses, falls nur taktweise unisono gespielt werden soll und ansonsten mehrstimmig? Ein Doppelhals müssten Sie tatsächlich dann eine zweite Ebene, das Ganze nochmal schreiben und das kann man auch kopieren. Das heißt, Doppelhals, ich habe jetzt zum Beispiel hier was und jetzt habe ich noch Primen. Also ich bilde jetzt die gleiche Stimme nochmal mit dem Hals nach unten. Und dann kann ich auch wieder dieses Werkzeug nehmen, Ebenen verschieben und kopieren. Und jetzt verschiebe ich aber nicht den Inhalt von Ebene 1 nach 2, sondern kopiere den Inhalt von Ebene 1 nach 2. Das heißt, ich lege mir in der Ebene 2 eine Kopie der Ebene 1 an und dann habe ich praktisch Doppelhälse. Also so kann man auch Doppelhälse erzeugen und das kann ich natürlich auch nur für einen bestimmten Bereich machen. Gut. Eingabe über Scanner auch möglich? Ja, natürlich. Allerdings nicht mit Finale direkt, da brauchen Sie Smartscore. Smartscore ist ein Programm, wo Sie Noten einscannen können und die können Sie dann mit Finale nachbearbeiten. Schauen Sie einfach mal auf unserer Seite, suchen Sie mal nach Smartscore, da finden Sie das entsprechende Produkt. Das gibt es auch in verschiedenen Versionen. Da können Sie Noten einscannen, erkennen lassen und dann in Finale weiterbearbeiten. Gut. Dann fragt jemand, ob man aus dem Gesamtwerk eine Art Loop auswählen kann, um sie mehrfach anzuhören. Ja, da würden Sie praktisch mit dem Wiederholungswerkzeug tricksen. Das heißt, Sie erzeugen hier ein Wiederholungsende. Und dieses Wiederholungsende konfigurieren Sie jetzt noch so, dass der Abschnitt nicht zweimal gespielt wird, sondern zum Beispiel 200 Mal. Ja, und dann haben Sie praktisch einen Loop erzeugt. Wenn Sie sagen, immer springen, dann wird das zwar auch passieren, aber Finale hat da so ein Sicherheitsmechanismus, dass es nicht in eine Unendlichschleife kommt. Irgendwann wird das dann abbrechen, sonst ist der Arbeitsspeicher schnell voll. Das heißt, dass immer springen, ich weiß gar nicht, wo jetzt die Sicherheitsgrenze liegt, aber besser ist, wenn Sie einfach manuell sagen 200 Mal oder 400 Mal und dann haben Sie so einen Loop erzeugt. Der dann übrigens auch im Audioexport so dargestellt wird. Dann, wie kann man zum Beispiel beim Import von XML zu hoch dargestellte Pausen, wahrscheinlich fehlt da noch die Hälfte, wieder auf die Höhe bringen. Pausen kann man ja verschieben, auch mit der Pfeiltaste. Und, ähm, muss ich mal gerade überlegen, ich glaube, da gibt es ein Plugin für, Plugins, Notenbalken und Pausen. Ähm, Pausen verschieben, genau, Pausen verschieben. Und da kann ich jetzt entweder Pausen global verschieben oder ich kann auch sagen manuelle Positionierung entfernen. Und dann sind die Pausen wieder auf der Standardtür. Das heißt, da nutzen Sie das Plugin, Notenbalken und Pausen, Pausen verschieben und nicht eben nicht die Option, dass Sie die Pausen verschieben wollen. So könnten Sie alle Pausen praktisch nach oben schieben, sondern Sie sagen manuelle Positionierung entfernen. Gut. Ah, die letzte Frage, die haben wir auch noch häufig. Gibt es Smartscore nicht mehr in Finale? Ähm, ja. Also es gab ganz früher in den alten Finale-Versionen ein Smartscore Lite. Das war so eine Mini-Version von Smartscore. Die konnte nur ganz rudimentär Noten erkennen. Ähm, hat für viele schon ausgereicht. Die wurde aber mit Finale 2014, war es glaube ich, entfernt. Und das hatte rechtliche Gründe. Und zwar hat Finale, beziehungsweise MacMusic, der Hersteller von Finale, diese Version verbessert und hat die auch vorgestellt. Und da gab es Ärger mit Notenverlagen. Da gab es sogar richtig Klagen irgendwie. Und Finale wurde dann, oder MacMusic wurde dann mehr oder weniger dazu gezwungen, das rauszunehmen. Das ist eine traurige Geschichte. Können wir lauter auch nicht ändern. Deswegen gibt es diese Smartscore Lite-Version nicht mehr in Finale selber. Aber das volle Version Smartscore, das gibt es natürlich nach wie vor. Die Lite-Version konnte ohnehin nur praktisch eine rudimentäre Notenerkennung. Die Smartscore-Version, die gibt es ja auch in verschiedenen Abstufungen. Die kann natürlich noch wesentlich mehr. Die kann noch Texte und Ossia und so weiter erkennen. Gut. Und hier sagt jemand, er muss sich jetzt leider verabschieden. Und das muss ich auch machen. Ich muss mich jetzt leider auch verabschieden. Ich bin aber auch mit allen Fragen durch. Ich blende mich nochmal ganz kurz ein, damit Sie nicht nur meine olle Tastatur sehen, sondern ich auch. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie dabei waren. Und Sie waren heute auch wieder das beste Webinar-Publikum, das ich hier hatte. Ich freue mich auf die nächsten Webinare. Spannende Themen. Und wie gesagt, ab Webinar Nummer 5, ab Kurs Nummer 5, können Sie auch selber dann das Thema auswählen. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was da so auf Sie und uns zukommt. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Viel Spaß und viel Erfolg mit Finale. Machen Sie es gut. Tschüss.